Die Digitalisierung wird auch die Automobilindustrie und damit auch BMW stark in der Zukunft verändern. Mit dem Back to Code Campus haben wir ein sehr innovatives Programm für den internen Kompetenzumbau aufgesetzt. Die Initiative Back to Code und insbesondere der Back to Code Campus sind für mich daher das ideale BMW eigene Angebot zur Unterstützung des Kompetenzaufbaus meiner Mitarbeiter. Back to Code ist ein maßgeblicher Eckpfeiler und es können sich interne Mitarbeiter hier bewerben und können in diesem Campus für drei Monate wieder auf die aktuellen Technologien und Werkzeuge aufsynchronisiert werden. Beim Back to Code Campus habe ich gelernt, wie Software Engineering bei BMW funktioniert. Von der ersten Zeile Code an bis hin zur Automatisierung. Mit viel Freude, Motivation und neuem Wissen gehe ich zurück in mein Feature-Team und freue mich auf die neuen Herausforderungen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.